Heute habe ich einen Gast bei mir. Es ist Witwe Beute. Ja. Hallo. Nein, nein. Ich bin ja nicht die Witwe Beute. Ich bin, ich heiße zwar Beute mit Nachnamen, aber ich bin ganz normal hier nur die Nachbarin und mache ein bisschen den Haushalt zu Hause und für die Nachbarn ein bisschen auch im Garten, was ich halt so kann, ne? Ja. Okay, verstehe. Aber man sagt schon jedes Mal Witwe Beute. Na ja, gut, okay. Das freut mich, dass du mich eingeladen hast. Ich sehe dich ja immer nur, wenn du mit deinem Fahrrad durch die Gegend fährst und dann habe ich mich immer gefragt, Mensch, du bist doch auch nicht mehr so jung. Wie machst du das denn auf deinem Fahrrad da? Du fährst da einfach so durch den Wald, oder wie? Witwe Beute will nämlich auch gerne mal ein Fahrrad fahren und ich habe dann die Möglichkeit, heute auf Party zu gehen. Ja. Und deswegen schicke ich heute mal die Witwe Beute auf dem Trail. Das finde ich natürlich eine super Idee. Ja, warum auch nicht? Kann ich ja mal ausprobieren. Aber muss ich da nicht irgendwas beachten? Ja, also auf dem Trail oder auf der Fahrt selber brauchst du dir keine Sorgen machen. Okay. Du setzt dich einfach auf das Fahrrad, nimmst die Handschuhe da mit. Ja. Und ja, genießt einfach die Fahrt. Guck einfach mal, was du so kannst. Da ich ja sehe, wie fleißig du immer im Garten bist, bist du also gar nicht so ungelenkig. Von daher denke ich mal, du wirst eine Menge Spaß haben. So, und die soll ich dann anziehen? Okay. Und den Helm hast du auch noch für mich. Gut. Dann kann mir ja wohl auch nichts mehr passieren, ne? Tja. Ich weiß nicht. Aber ich probiere es einfach mal, ne? Okay, danke. Also, dann mach's gut. Zieh die Handschuhe an. Den Helm kriegst du von mir im Keller. Und ja, dann schauen wir mal. Ich gehe so lange auf Party. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. The clock is ticking. Zaman sind das Hühner? Wir haben da Hühner aufgebildet. Wir sind in Chicken Wäld. Ja. 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 Schmerz! SOS! Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank für's Zuschauen. Juhu! Hab ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Juhu! 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 Juhu!